Hallo liebe Eltern, eigentlich würde ich gerne mit Ihnen einen Rundgang machen durch mein Haus, aber aufgrund von Corona können wir das nicht und deshalb versuchen wir Ihnen die Einrichtung per Video nahe zu bringen. Ich begrüße Sie ganz herzlich und wir können auch schon direkt loslegen. Das Haus wurde im August 2017 eröffnet und bietet Platz für 90 Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung an. Unser Haus besteht aus zwei Ebenen. Wenn Sie in unser Haus reinkommen, befinden Sie sich direkt gegenüber von unserem Restaurant und da gehen wir jetzt mal rein. Hier auf der linken Seite ist außerhalb von Corona oder wäre außerhalb von Corona ein Frühstücksbuffet aufgebaut, ein sehr abwechslungsreiches Buffet, an dem sich die Kinder dann alleine bedienen können. Mittags, das wird auch jetzt gemacht, essen die Kinder hier in verschiedenen Etappen. Wir haben das Glück, wir haben eine Köchin, die täglich für uns frisches Essen kocht. Wir gehen jetzt in den reinen U3-Bereich. Hier haben wir zwei Gruppen. Gruppen sagen wir immer nur für die Eltern, weil wir eigentlich in der offenen Arbeit sind. Wir haben ganze Räume für die Kinder. Hier zum Beispiel sehen Sie den Bauraum. Vom Bauraum gehen wir nach links in einen der Nebenräume. Der ist zurzeit unser Rollenspielbereich für unsere U3. Natürlich wird hier immer Mama, Papa und Kind gespielt. Hier auf der linken Seite können sich die Kinder Bücher angucken. Und hier haben wir auch für unsere Mädels einen Schminktisch. Hier ist dann unser Schlafraum für unsere Dreijährigen. Da ist uns wichtig, dass die Kinder ihre Bettwäsche von zu Hause mitbringen, dass sie ein bisschen was von zu Hause haben. Unsere Kinder schlafen, je nach Alter schlafen die in diesen Körbchen oder in einem Gitterbett oder eben auf so einer Matratze. Hier ist unser Wickelbereich und das schöne I-Tüpfelchen. Wir haben hier unseren Wellnessbereich. Hier können die Kinder also ein Vollbad nehmen. Natürlich immer in Begleitung einer Erzieherin. Hier sind wir im Atelier. Und hier haben die Kinder die Möglichkeit am Tisch mit kleinen Bildern zu malen. Aber auch wenn man jetzt nach rechts geht, auch hier großflächig auf diesem großen Papier zu malen. Sie können mit Wasser matschen. Also alles, was das Herz begehrt. Jede Gruppe im U3-Bereich hat auch einen Schlafraum. Wir befinden uns jetzt hier im Atelier im U3-Bereich. Auch hier können die Kinder an den Tischen malen. Im Moment werden hier viele Mandalas mit Naturmaterialien gelegt. Hier ist eine Ecke, wo sich die Kinder dann entsprechende Bücher angucken können. Das ist jetzt auch relativ neu. Aber auch hier wird immer wieder umgeräumt. Das ist unser Nassbereich, wo die Kinder dann auch großflächig malen können, wie unschwer zu erkennen ist. Hier befinden wir uns nun in unserem Werkraum. Und bei uns können die Kinder mit echtem Werkzeug, mit echten Hammern und echten Sägen arbeiten. Hier sind wir jetzt im Musikraum. Hier sehen Sie unterschiedliche Instrumente. Und wir haben auch eine Erzieherin, die hier in dem Raum ist. So wie wir in jedem Raum eine Erzieherin haben, die den Raum betreut. Hier befinden wir uns im Flur im U3-Bereich. Und hier rechter Seite haben die Kinder eine Höhle gebaut, die auch sehr stark benutzt wird. Hier sind wir nun in unserem Bewegungsraum, auch im U3-Bereich. Das ist unsere Bibliothek oder Schreibwerkstatt. Hier gehen die Kinder rein, wenn sie vorgelesen haben möchten, wenn sie selber lesen möchten. Aber dieser Raum wird auch für Elterngespräche genutzt. Das ist unser Bauraum. Da haben wir verschiedene Baumaterialien. Große Bausteine, kleine Bausteine. Und das wird aber auch immer ausgewechselt. Momentan ist hier das Thema Weltraum. Und deshalb sehen Sie viele Raketen und alles, was mit Weltraum zu tun hat. Und das hier ist das dazugehörige Architektenbüro. Das ist unser Rollenspielbereich. Und momentan ist hier oben das Thema Pferd. Und deshalb finden Sie ja alles, was mit Pferd zu tun hat. Hier ist unser Forscherraum oder Experimentierraum. Momentan wird hier ganz viel mit Wasser gemacht. Überall, wo grüne Smilies sind, können die Kinder alleine drangehen. Wo rote und gelbe Smilies sind, da müssen Sie die Erzieherinnen fragen. Auch dieser Raum wird immer von einer Erzieherin betreut. Das hier ist der Bewegungs- und Bauraum für unsere 2- bis 3-Jährigen. Ein Nebenraum, in dem sich die Kinder für ruhigere Spiele zurückziehen können oder lesen können oder einfach ruhige Sachen machen können. Hier haben wir das Atelier für unsere 2- bis 3-Jährigen. Das ist unser Außengelände für den U3-Bereich. Der unterscheidet sich aber nur durch die Spielgeräte. Ansonsten können die Kinder auch, die Jüngeren, auf das Außengelände der U3-Bereich und umgekehrt auch. Da machen wir keine Trennung. Das ist das Außengelände dann eben für die über 3-Jährigen mit Rutsche. Hier haben wir eine Matschküche, damit die Kinder auch anständig kochen können. Ein Feld haben Sie schon oben im Rollenspielbereich gesehen. Die anderen müssen leider draußen bleiben. Unser Außengelände zieht sich praktisch einmal ums ganze Haus rum, bis auf den Eingangsbereich. Also wir haben ein sehr großes Außengelände. Ja, das war meine Einrichtung. Ich hoffe, es hat Ihnen bei uns gefallen und wir können Sie zukünftig als Eltern hier begrüßen. Ich würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.